Der Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona scheint tatsächlich immer näher zu rücken. Laut Medienberichten starten die Verhandlungen zwischen Bayern und Barca noch diese Woche. Die Bayern fordern wohl bis zu 60 Millionen Euro an Ablöse und Barca soll Stand jetzt bereit sein, bis zu 47 Millionen zu bieten. Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Bayern und Lewandowski sollen zuletzt dazu geführt haben, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht unbedingt zielführend ist. Und ganz ehrlich, nach der Shitshow der letzten Wochen und gefühlten Monaten ist es das auch wirklich nicht. Es gab ja auch schon Berichte darüber, dass die Mannschaft selbst nicht mehr unbedingt daran glaubt, dass sich die Situation nochmal flicken lässt. Auch Nagelsmann ist bereit, ohne Lewandowski zu planen. Von daher macht es natürlich nur Sinn, wenn man da jetzt so viel Geld wie möglich einsackt, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Man kann sich jetzt natürlich immer wieder auf das Basta berufen, aber ganz ehrlich, Wenn es wirklich überhaupt nicht mehr geht und man eine angemessene Summe erhält, wird sich am Ende keiner beschweren. Es macht wirklich keinen Sinn, an einem falschen Prinzip festzuhalten. Laut Sky wollen die Bayern allerdings die Ablöse auf einen Schlag erhalten. An einem Modell mit Bonuszahlungen sei man überhaupt nicht interessiert. Grund dafür ist, dass Barca in der Vergangenheit oft durch verspätete Zahlungen aufgefallen ist. Darüber hinaus ist der Klub auch noch wirtschaftlich angeschlagen und natürlich möchte man das Geld dann auf einen Schlag. Jetzt stellt sich dann natürlich noch die Frage ab, welcher Summe die Bayern jetzt tatsächlich bereit sind, den Transfer durchzuziehen. Meiner Einschätzung nach könnte das bei knapp über 50 Millionen ohne Boni der Fall sein. Mehr dazu erfahren wir dann voraussichtlich in den nächsten Tagen. Das wäre dann eine Summe, mit der der FC Bayern definitiv einiges anfangen kann, aber auch eine, die Barca wahrscheinlich so gerade eben noch zahlen könnte. Ich glaube, bei 60 wird es eng werden, aber an der Stelle bin ich mir einfach ziemlich sicher, dass man bewusst die Summe hoch angesetzt hat, damit man eben die gewünschten 50 Millionen auch tatsächlich bekommt. Immerhin war das die Summe, die die ganzen Wochen und Monate davor gehandelt wurde. Das hängt jetzt alles natürlich auch ein wenig davon ab, dass der Transfer von Frankie de Jong zu Manchester United über die Bühne geht. Aber auch da sind die Verhandlungen mittlerweile weit fortgeschritten. Wir können also gespannt sein, wie, wann und ob diese Geschichte hier ein Ende nimmt. An der Stelle jetzt mal die Frage an euch, was würdet ihr tun, Lewandowski auf Krampf halten oder bei 50 Millionen plus einschlagen, um dann auch etwas mehr Geld zu haben, um in die Zukunft zu investieren? Schreibt mir eure Meinung dazu unbedingt mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.